Hallo liebe PaletteCut-Freunde. Es ist wieder soweit. Sechs Wochen sind vorbei. Eine neue Version von PaletteCut steht am Start. Die Version 10.12. Und was die so kann, zeige ich euch gleich. Ja, wir haben in dieser Version einige Detailverbesserungen im Exposé gemacht. Das zeige ich euch. Und zwar, wenn ihr das Exposé startet und dort einen Text einfügt, zum Beispiel. Und ich mache das mal. Dann wurde der Text ja immer in der Version vor der 10.12 mittig irgendwo auf dem Bildschirm positioniert. Das haben wir jetzt geändert auf vielfachen Wunsch von euch Anwendern, die über den Feedback-Buttons Bescheid gegeben haben. Der Text hängt jetzt an der Maus und kann frei im Exposé positioniert werden. Das gleiche gilt auch für Bilder. Wenn man zum Beispiel Bilder einfügt. Ich mache das jetzt mal über Material. Ich nehme hier mal eine Fliese. Dann hängt dieses Bild auch an der Maus und kann frei positioniert werden. Ist viel praktikabler, als wenn es irgendwo in der Mitte auftaucht und es dann mit der Maus verschoben werden muss. Auch bei den Textobjekten haben wir die Eigenschaft an Größe an Inhalt anpassen jetzt als dauerhafte Eigenschaft hinterlegt. Das heißt, wenn man diesen Schalter einmal einschaltet, dann ist es keine Interaktion, die man einmal im Text ausführen muss und immer wieder ausführen muss, sondern der Text merkt sich das. Und sobald ich was dran verändere an diesem Text, der Doppelklick zum Beispiel, dann vergrößert sich automatisch die Textbox oder verlängert sich. Das hat man ja in der letzten Version ja noch von Hand größer ziehen müssen oder einmal dieser Größe an Inhalt anpassen ausführen müssen. Das bleibt jetzt als Eigenschaft und wird automatisch ausgeführt, sobald man den Text ändert. Bei den Ausrichtfunktionen haben wir auch ein paar Details verändert. Und zwar gibt es hier jetzt neuerdings das Mittig ausrichten. Und zwar horizontal mittig und auch vertikal mittig. Dann werden alle angeklickten Elemente, alle selektierten Elemente einfach mittig ausgerichtet. Haben Sie auch viele gewünscht. Ja, dann will ich euch noch einen kleinen Praxistipp geben bei der Verschiebeoperation. Vielleicht kennt ihr den schon, vielleicht auch nicht. Und zwar beim Verschieben über die Kurztaste V kann man ja Objekte von A nach B verschieben. Man kann die aber auch gleichzeitig kopieren. Und zwar, wenn man die Steuerungstaste drückt, dann kommt man von dem Verschiebe in den Kopiermodus. Das ging schon in der letzten Version, kannten die wenigsten. Jetzt ist es so, sobald ihr die Steuerungstaste kurz antippt, dann kriegt ihr hier das Kopiersymbol an dem Cursor. Und ihr könnt dann das Objekt neu absetzen. Das probieren wir mal hier aus. Machen wir einmal, das geht auch mehrfach und das ist eigentlich der Riesenvorteil, dass man es mehrfach machen kann. Dann kann ich hier zum Beispiel auf diese Stangen ganz einfach einen Lampenschirm draufsetzen. Der ist jetzt nicht besonders schön, den habe ich mal kurz aus einer Kugel gemacht. Aber einfach mal, um zu verdeutlichen, dass die Funktionen verschieben auch hintenrum kopieren kann und es auch sehr praktisch sein kann. Ja, nochmal ein Tipp aus der Praxis. Wir haben ja schon in der letzten und vorletzten Version diese Schnellausricht- und Schnellpositionierfunktionen letztendlich eingeführt. Die Kollisionsprüfung, das Ausrichtung an den Wänden, die Magnetpunkte und auch diese Objektabstände. Erfahrene Planer stört es manchmal, wenn diese Zusatzfunktionen auftauchen. Die schaltet man dann hier unten ein und aus. Wir haben auch eine Kurztaste dafür eingeführt. Das war die Leertaste. Wenn man die gedrückt hält, dann wird ein vorkonfigurierter Zustand von diesen Buttons letztendlich eingestellt. Haben wir noch ein bisschen verbessert. Und zwar, sobald ihr einmal die Leertaste drückt, könnt ihr diesen Zustand ein- und ausschalten. Das ist natürlich beim Planen recht praktisch. Ich kann hier mit meinen normalen Fangfunktionen arbeiten. Und wenn ich sage, ich brauche diese Hilfe mit diesen Magnetpunkten, drücke ich einfach einmal kurz die Leertaste. Dann sind die aktiv und ich kann hier die ganzen einfachen Operationen ausführen. Also die Kollisionskontrolle, wie auch die Magnetpunkte. Wenn ich sie nicht haben will, nochmal kurz die Leertaste und schon sind sie ausgeschaltet. Ja, dann kommen wir mal zur Holztechnik. Da gibt es auch ein bisschen was zu zeigen. Und zwar bei den Materialien, also Plattenmaterialien, Bekanntungen und Belagsmaterialien. Da haben wir auch ein bisschen was getan. Und zwar haben wir neue Felder eingeführt. Gehen wir mal auf so ein Material drauf. Dann gehen wir mal auf Ändern. Hier gibt es neue Felder. Und zwar haben wir hier den Hersteller noch eingeführt. Wir haben einen Aufmaßzuschlag letztendlich eingeführt, einen Besäumungsschnitt und auch einen Preis. Den kann man später in der Stückliste auswerten. Der Preis bezieht sich im Moment auf die Lieferplatte, also auf die Rohplatte. Man könnte es auch so umbauen, dass er dann nachher letztendlich auf die Quadratmeter zählt. Das ist eine Sache der Interpretation. Und damit kann man eine Schnellkalkulation letztendlich ausführen. Wichtig ist natürlich, dass man diese Daten auch pflegt. Und manche Importer, in dem Fall ist es Roggemann, liefert uns schon den Preis. Und damit kann man letztendlich auch kalkulieren. Es gibt auch neue Felder bei den Belegen. Schauen wir da mal rein. Was gibt es da Neues? Wir haben auch hier ein Aufmaßzuschlag, Länge und Breite. Ein Zugabemaß für die Platte, je nach Belag. Kann man auch eintragen. Und letztendlich auch wiederum den Preis. Ach, und das habe ich vorher gar nicht erwähnt. Und man kann diese Materialien auch von der Verschnittoptimierung ausnehmen. Standardmäßig sind sie immer drin in der Verschnittoptimierung. Aber man kann auch sagen, nein, diese Platten, die will ich nicht optimieren, weil es zum Beispiel Hilfsplatten sind, die Träger von irgendwelchen Verbindern sein sollen und gar nicht letztendlich gefertigt werden soll selber. Dann kann man die letztendlich rausnehmen aus der Verschnittoptimierung. Da das Ganze, ach, bei Kanten kann ich es auch noch zeigen. Da hat sich auch noch was getan. Gehen wir auf die Kanten. Was gibt es da für neue Felder? Auch hier gibt es den Hersteller neu. Dann gibt es die Rollenlänge und die Maßzugabe letztendlich, die man einstellen kann. Das Ganze wird natürlich hier in dieser Tabelle auch angezeigt. Es sind natürlich jetzt einige Felder hinzugekommen. Dann wird diese Tabelle schnell unübersichtlich. Die gute Nachricht ist, man kann die auch einstellen. Man kann hier Spalten auswählen. Was man nicht haben will, das zieht man hier in dieses Feld rein. Und man kann die auch neu anordnen an der Stelle. Also man kann dieses Layout von dieser Tabelle sich so einrichten, wie man das gern haben will. Beim Bestätigen oder beim Schließen merkt er sich diese Einstellung und beim nächsten Start wird die letztendlich wieder hergestellt. Ja, und da neue Felder letztendlich auch gefüllt und gepflegt werden müssen, haben wir uns da auch was einfallen lassen. Ihr könnt jetzt die ganze Tabelle hier exportieren in einem sogenannten CSV-Fileformal. Ich mache das gerade mal und dann mit einem handelsüblichen Tabellen-Kalkulationsprogramm, wie zum Beispiel Excel, letztendlich bearbeiten. Das mache ich jetzt mal. Hier ist diese Datei. Doppelklick drauf. Excel geht auf. Nicht jetzt. Jetzt könnte ich hier neue Preise eintragen zum Beispiel oder neue Aufschläge und so weiter. Machen wir hier mal. 400 Euro kostet die Platte oder 400,50 Euro. Speichert das Ganze ab. Wichtig, ihr müsst Excel jetzt zumachen. Sonst kann diese Datei nicht importiert werden, weil die gesperrt wird von Excel. So, dann gehe ich hier wieder auf Import. Moment, wo haben wir es denn? Importieren. Ja, und zwar Politica CSV-File. Ja, ich bin mir sicher, die werden jetzt ersetzt. Dann nehme ich diese Tabelle, die ich gerade bearbeitet habe aus Excel, wieder zurück. Sag öffnen. Wurde importiert. Und siehe da, der neue Preis wird hier eingetragen. 400,50 Euro. Das geht für die anderen Tabellen natürlich auch. Ihr könnt auch in den Tabellenspalten rauslöschen und einfach sagen, die interessieren mich nicht. Beim Import werden die dann einfach nicht berücksichtigt und behalten ihren ursprünglichen Wert. Ja, in der Holztechnik gibt es noch ein weiteres Detail. Und zwar ein Feature ist ja richtig gut angekommen bei euch. Und zwar das Laden von Verbinder aus dem Katalog. Machen wir das mal. Gehen wir in die Holztechnik, laden wir hier eine Baugruppe Verbinder. So ein Verbinder stumpf, zum Beispiel einen Kabineo. So, ihr wisst ja, Doppelklick gibt es jetzt diese Schnellausrichtung an der Kante. Was neu ist, ist dieser kleine Knopf in der Mitte. Und zwar dreht der diesen Verbinder von der Innen- zur Außenseite umgekehrt. Also wenn ihr diesen positioniert und sagt, na, die Bohrung ist auf der falschen Seite, drückt ihr hier drauf. Dann wird der um 180 Grad gedreht und die Bohrung liegt auf der anderen Seite. Haben sich viele gewünscht. So, Holztechnik ist noch nicht vorbei. Da haben wir noch ein paar andere Details gemacht. Zum Beispiel haben sich Kunden mit Recht beklagt, wenn man einen Verbinder oder Bearbeitungen von einem anderen Objekt abgreift, dass dann die Variablen nicht mitgenommen werden. Die müssen dann mühsam nachgepflegt werden. Haben wir jetzt verändert, haben wir jetzt erweitert. Da werden die Variablen, sofern vorhanden, einfach mit übernommen. Und diese Bearbeitung bzw. der Verbinder kann dann von außen über die Variablen kontrolliert werden. Ach, apropos Variable. Das ist auch noch ganz nett. Und zwar, wenn ihr hier Variablen anlegt, die mal Abstand U. Die können wir jetzt über den Abgreifbutton einfach aus der Planung abgreifen. Ihr kennt ja diesen Button, der ist jetzt auch bei dem Variablen Wert drin. Ihr habt dann hier, naja, aus einer luftleeren Planung kann ich nichts abgreifen, aber ich mache das einfach mal so. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ganz nützlich sein kann an der Stelle. Ja, dann nochmal einen Kundenwunsch, den wir in der Holztechnik umgesetzt haben, und zwar der DXF-Export. Manche von euch nutzen den ja, den DXF-Export aus der Platte, weil sie zum Beispiel kein eigenes Fertigungszentrum haben, fremdfertigen lassen oder der Empfänger einfach DXF-Dateien gerne akzeptieren möchte, um es zu fertigen. Da wurde beklagt, dass man den Dateinamen, der war immer fix zusammengestellt aus Plattennamen, Ansicht, Teilenummer und so weiter, den kann man jetzt konfigurieren. Und zwar haben wir da so einen Dialog, den setzen wir an anderen Stellen auch noch ein. Ihr könnt da reingehen und euch den Dateinamen als Vorlage definieren, und zwar mit diesen Variablen hier. Das Projektverzeihen ist der Projektnamen, den Plattentyp, Plattennamen, Teilenummer und die Ansicht. Und ihr könnt da auch feste Verzeihnisse vorsetzen. So wie ihr das hier aufgebaut habt, erscheint unten ein Beispiel, wie so ein Dateiname letztendlich aussehen könnte. Schreibt ihr hier irgendwas rein, zum Beispiel DXF-Export, dann wird das hier direkt gleich herangehängt. Ihr könnt auch ein Verzeihnis draus machen. Dann wird hier das Verzeihnis hier dazwischen gehängt, oder ihr sagt, nein, ihr arbeitet nicht mit Teilnummern, und dann löscht ihr die einfach raus aus diesem Muster. Dann ist die da nicht drin. So könnt ihr euch den Dateinamen letztendlich so einstellen, wie ihr denn gerne haben möchtet. Ja, zum Schluss nochmal was, was sich ja alle betrifft und interessieren könnte. Und zwar geht es um Objektimporte. Wir haben ja eine Kooperation mit der Kadeners. Kadeners war auch nicht faul, haben da weitergearbeitet an ihrem Pfeilformat. Und die haben einen neuen Dienst, den 3D-Finded-Dienst, in die Welt gesetzt. Was ist der Unterschied zum folgenden Kadeners? Dieses Format kann auch konfigurierbare Objekte enthalten. Gucken wir uns mal so eins an. Ich gehe mal in so einen Katalog rein, nehme vielleicht so ein Panel. Hier gibt es verschiedene Parameter, die man einstellen kann. Und das Objekt verändert sich, also parametrisierbare Objekte. Zum Beispiel die Dicke des Panels. Die Auswahlmöglichkeiten übernehme ich an der Stelle. Und sage jetzt hier mal an Palette-Karte übertragen. So, dann kommt das da rein. Und das Tolle ist, auch im Nachhinein kann ich dieses Objekt nochmal konfigurieren. Ich klicke es an, geht auch bei mehreren gleichartigen Objekten in der Mehrfachauswahl. Ich sage hier konfigurieren. Dann wird das hier wieder aufgebaut. Und ich kann jetzt zum Beispiel eine andere Länge auswählen. Dann könnte ich sagen, okay, ich will das Ding eben so lang haben. Dann wird das hier in der Planung letztendlich aktualisiert. So, und schon haben wir hier größere Panels. Die passen jetzt hier gar nicht in den Arbeitsbereich rein. Ja, das waren so die Highlights von der Version 10.12. Sehen jetzt nicht die riesen Features diesmal drin. Wir arbeiten natürlich im Hintergrund an Dinge, die wir nicht innerhalb von einem Sprint, also von sechs Wochen, erledigen können, sondern die dauern etwas länger. Aber wie man sieht, es sind auch wirklich Details, die wir hier verbessert haben, die von euch als Kunden gewünscht worden sind. Und ihr kommt ja aus der Praxis, ihr könnt uns da wertvolles Feedback geben. Ja, seid gespannt, was in der nächsten Version kommt. Euer Servicevertrag ist natürlich auf jeden Fall nützlich und bringt euch an der Stelle weiter. Ihr kriegt immer die Neuerungen, alle sechs Wochen und könnt euch darauf freuen. Dann bis zum nächsten Mal.